Prost, ihr Säcke. Prost, du Sack. Zack, zack, zack. Au, ist hier los. Die Kinder haben heute schon wieder den letzten Schultag für diese Woche. Die haben ein Leben. Naja, bei mir ist auch nicht schlecht. Ich bin unterwegs zum Sport nach Lemgo. Es ist jetzt Viertel vor acht. Acht Uhr machen die auf. Um zehn Uhr habe ich einen Termin in Lemgo. Von daher passt das ganz gut. Das passt so rein. Wie gesagt, ich versuche das immer zu verbinden. Wenn ich da war, muss ich noch zu einem Kunden. Da wollte ich mir Arbeiten ansehen. Und wenn ich das fertig habe, fahre ich nach Hause. Und dann werde ich mir meine Klotten packen. Also Klotten packen im Sinne von ein bisschen was zum Wechseln. Und naja, vielleicht ein bisschen Werkzeug. Und dann werde ich zum Teich fahren. Und zwar mit der Schwalbe. Meine Frau hat keine Lust mitzukommen. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, ist so. Sie ist dann lieber zu Hause wahrscheinlich und macht da ihre Sachen. Aber letzten Endes. Ja gut, mit der Schwalbe ein bisschen was zum Wechseln. Wie gesagt, ich habe da die Heizungspumpe. Da ist eine Warmwasserheizung im Wohnwagen. Und die Pumpe, die hat letztes Mal festgesessen. Ich habe eine Pumpe bestellt, die aber ein bisschen kleiner ist. Ich weiß nicht, ob die reicht. Und ich möchte aber auch erstmal versuchen, die Pumpe, die da ist, wieder zu beleben. Ob ich die nochmal zum Laufen kriege. Mal schauen. Wäre ja ganz schön. Ich werde die einfach mal ausbauen. Mal gucken, ob ich die irgendwie auseinandergeschraubt kriege. Das Pumpengehäuse und ja, dann wird das Ganze wieder instand gesetzt, wenn es geht. Und wenn nicht, dann habe ich halt die andere, diese kleine Pumpe dabei. Dann kann ich die einbauen und auch fertig. Egal wie, fertig. Naja. Und ja, dann können wir jetzt auch, wenn es jetzt wieder kälter wird, auch mal zum Teich fahren. Ich möchte unbedingt gucken, wie es da aussieht. Vielleicht ein bisschen Rasen mähen. Ein bisschen was machen einfach. Ja, gestern habe ich mich mit dem Logic Pro auseinandergesetzt. Ich habe mir mal so den Quintenzirkel genommen und ein bisschen die Harmonielehre aufgefrischt bei mir. Und habe mal versucht, so eine Melodie zu entwerfen für den Podcast-Film. Ja, ist gelungen, aber das hört sich halt ganz anders an, wenn ich ein MP3-Phone mache. Schrecklich. Dass diese Instrumente, die da drin sind, diese Synthi-Instrumente, die hören sich einfach immer künstlich an. Das ist egal was. Und ich habe gestern noch mit dem Klaus Backhaus gesprochen. Er sagte, ich bräuchte so einen Sequenzer. Und ich habe mal geguckt, die kosten ja ein Schweinegeld. Und nee. Also ich werde mich vorsetzen und werde einfach die Akkorde mit der Gitarre einspielen. Und ja, Schlagzeug weiß ich halt nicht. Es ist halt blöd. Aber Schlagzeug kriege ich vielleicht auch noch mit dem Ding hin. Da gibt es ja schon relativ gute Schlagzeuge, die man da einspielen kann. Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall bin ich am Ball. Ja. Und das war es eigentlich schon fast. Mal gucken, ob die Schwalbe gut fährt heute. Es ist wieder ein bisschen kälter geworden. Jetzt haben wir 9 Grad. Gestern Morgen hatte sie ein bisschen Schwierigkeiten beim Anspringen. Ich muss mal schauen, woran das liegt. Das kann eigentlich nicht an der Zündung liegen. Die Zündung ist perfekt durch die Wapel halt. Der Zündzeitpunkt ist perfekt. Den habe ich eingestellt. Das muss irgendwie im Vergasertrakt da noch hängen. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ist ja auch scheißegal. Wenn sie läuft, dann läuft sie. Muss ich mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall wie Schnitzel über das Teil. Und ja, macht richtig Spaß. Am Teich. Ja gut. Ich weiß nicht, wie schnell ich da hinkomme. Bis ich die Termine abgearbeitet habe und beim Sport war, ist es bestimmt Mittag. Dann werde ich was essen. Also vor 2 Uhr werde ich sicherlich nicht am Teich sein. Und das ist auch nicht weiter tragisch. Denn so viel ist da nicht zu tun. Ich denke, ich muss vielleicht ein bisschen Rasen mähen. Weil gerade jetzt durch den Regen und das ist so ein bisschen freundlicher geworden ist in Sachen, ja. Man sieht schon, es kommt wieder Grünes. Also da wird der Rasen auch am Teich wieder höher sein. Einmal Rasen mähen. Das werde ich bestimmt müssen. Und sonst, ja. Werde ich da eine schöne Zeit haben, denke ich einfach heute Abend. Alles klar. So. Das soll es aber eigentlich auch gewesen sein. So viel habe ich gar nicht zu erzählen. Das Stück, was ich da komponiert habe, eignet sich wirklich nicht zum Vorspielen. Das hört sich noch grauenhaft an. Und ja, da mache ich mal weiter. Ich werde das mal auf der Gitarre spielen. Und dann könnt ihr ja mal hören und mal sagen, was ihr davon haltet. Gitarre und Gesang, vielleicht auch mal ein bisschen eine Melodie spielen, mal schauen. Da muss ich natürlich auch mal gucken, wie ich das mache. Ich kann ja immer nur eins machen. Ich meine, wenn ich jetzt Picking mache, dann könnte ich die Grundakkorde mit irgendwelchen Tönen dazwischen spielen. Aber das ist recht aufwendig und bedarf einer Menge Übung. Ich möchte eigentlich nur so eine Schlaggitarre spielen, ein bisschen die Akkorde spielen. Einfach mit dem Pleck und so Lagerfeuergitarre mehr oder weniger. Und dann mit euch zusammen vielleicht ein bisschen Musik machen. Wenn ich dann bei euch bin, dass wir ein bisschen was singen oder so. Mal schauen. Es sind schon einige da, die sich gemeldet haben und mitmachen wollen. Es freut mich natürlich. Vor allen Dingen liebe Leute, die ich unbedingt wiedersehen möchte. Und ja, wird einfach geil. Einfach geil. Ich will mal sehen, wie ich das zeitlich arrangiere. Aber das kriegen wir hin. Versprochen. So, aber jetzt werde ich mich aufs Autofahren konzentrieren. Lade das gleich vom Studio noch hoch. Da habe ich 4G. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Wenn von euch jemand Musiker ist oder sich damit ein bisschen auskennt. Und ja, oder Tipps hat, wie man bessere Instrumente ins Logic bekommt vielleicht. Ja, da wäre ich dankbar. Denn jetzt ohne diesen teuren Sequenzer zu kaufen. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müsste man mal schauen. Sonst muss ich das wirklich... Und ja, ich mache es mit der Gitarre. Fertig. Tja. Merkt schon, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Weil es macht mir halt auch Spaß, dieses am Computer ein bisschen was zusammen zu stricken. Und wenn dabei auch richtig was rauskommt, dann ist es geil. Aber was ich bis jetzt, gestern da rausgekriegt habe, das ist einfach nur traurig. Für die Zeit, die ich investiert habe. Das ist... Naja, gut. Ist egal. Aber man hat was gelernt und alles gut. Ja, so. Wie gesagt, schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.